Laden Ich kann beide angreifen Was? Ich hab gerade noch mal zubeißen können mit dem Hund Und dann hast du ihn neu geladen Sehr gut Wenn man das Dings töten passiert, passiert wahrscheinlich nichts Ja Dann warten wir ewig Die Zuschauer haben ja ihn gewohnt Schneid ihn direkt raus Oh ey, was ist denn so ein bisschen Dreck Ja soll man jetzt nochmal versuchen ein Stück weit weg zu gehen Das bringt nichts, der kommt direkt Ja schwer ist Aber nur wenn wir die killen oder nicht Ja was bringt denn dies, wenn wir ein Stück weit weg gehen Komm, dass er ganz weit weg ist Ja und dann müssen wir lange hinlaufen Oder auch nicht Ja aber die Astate steht halt in jedem Fall In diesem komischen Lichtstrahl Und wenn die dann die ähnliche ist, die in der Umgebung ist Dann ist auch gleich tot Ja Ich muss ja an den Draht kommen irgendwie Ich glaube das hat wenig Wert mit zurückgehen Ja dann mach mal die tot die da sind Bevor wir noch sterben von den Scheißdingern Von die Bummeln bekommen Die tot, ich kann nichts machen Aha Das ist schonmal gut Was sind das jetzt? Was sind das jetzt? Daran kann ich Red Slider steuern Was sag ich jetzt? Oh man ey Hey Alter, was ist das für Scheißhunde? Der kann ja gar nichts Was ist das für Scheißhunde? Aha, vielleicht steht jetzt alles oder? Sieht so aus Ich stehe zwar jetzt ihr seid an der Reihe aber Oh hopp ne Wie viele Aktionsbundagen du ey Ja das ist nur wie so mit dem komischen Glück was ich doch hann Ne gehetzt weil ich gehetzt bin genau Oh Oh wie toll Ich dachte mal das wäre schlecht Wo sind die da jetzt? Ah du Ich mein es ist ein Drecks Hopp lauf direkt hin Korrekt So ist korrekt alter Oha Jetzt fangt der kleine mal da Alter der könnte ich kotze Immun gegen Furcht Ha 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 Ja vor allem wenn der Can jetzt die Wache niedergeschlagen Zwei Runde Ist die Kleiwache tot Ja aber diesmal kommt die Madora dann schnell dran Hat der grad sein eigenes Vieh gekillt? Ja Ja Nice Was macht denn der da? Alter ich bin gleich tot Süß Alter kennt der Mo Fähre Gelähmt bin ich auch noch Und das jetzt Oha so ein scheiß Dreck ey Schnell die Pfot zurückweicht hier wenn er immer verfehlt Ja Wieso bekloppt der Hund Was machen wir nicht glaub ich Geh auf diesen Schattenwandler durch hin Sonst ist ja Ja Und Madora gegenüber noch weiter behindert Verzaubert Machen wir das mal Oh das ist ja verzaubert Äh Äh Ich weiß noch nicht Halt Ist gleich geil wenn das mit dem Drachen der Leere ging Ja Ja Lass dein Ziel verstummen Bringt das bei irgendjemandem was? Ne Ist ne Beim Schatten flüsterer Stehnt der Wohinne Wohinne Links neben dem Drachen Ja Viel zu weit weg Beilsalbe Bringt da nix Aufne Schieße Kenntisch Ja Dann machs Das hat ja eh alles kein Sinn ey So Soll ich mit dem Drachen aufstehen oder so Soll ich mit dem Drachen aufstehen oder so Ja Das wär gut Ja mach doch Wo leid denn der rum Wir sind hier an der Treppe Alter weit weg Du komm ich schon nicht drauf Das ist verarschend ey Leider halt schon seit dem letzten Kampf Wo ist denn das jetzt? Hier Freischweite 10 Alter warum Das ist schon 15 Meter Lave Das geht nicht nur Ja Überlebt es noch so rund? Ja Ich denk schon Dadurch dass das Ender tot ist und der andere Verzückt ist Er hebt da der gute Attacke aber Uff bis ich mit dem Diesen Eid der Entweihung So Gemachen Ja So viel tolles hat sie eh nicht Mhm Keine Ahnung Das was die Krieger hier halt haben sind so Schade der für Mehrere Viechergute Das ist ja nicht für eine Jo Der Staubteufel Und Wirbelwind We had to move to penne Dann gibts noch den Sturzflug des Phönix Die sind also beide gelähmt Aber da gehen immer noch die Hö Was war das jetzt? Alte Entweihung Auf Schware so Kuh rumgefloh Alter jo Alter jo Noch in der Linie wegschla Das finde ich jetzt geil Der könnte wenigstens auf die Fette gehen Ja Auf den Drachen Wenn man doch Steuere kennt Ja Ja Erdo move Aber ist der schon mal drar? Warum darf der immer so viel machen? Hä? Ah Toll wie das bringt so viel Wenn man treffen würde Dann wirds mehr schade machen Aber man müssten halt treffen Ja das ist richtig Was? Und fast alle übersprungen Naja Leider halt rum Ach ich bin auch niedergeschlagen Cool Ja Es war Zeit zu stolpern Nicht zu hämmern Hm Boah man So ein Schein Ich hasse diesen Kampf Ja das ist halt schon ein Dreck Wer ist denn jetzt gestoppt? Armer Hund Ey Welche Aktionspunkte hat denn der Penner? Wäre toll wenn man da niederschlagen könnte Kannst du mich aufhebe? Ja Ja also nicht so lange die Madora Achso Bis jetzt wieder Geh Ja Oh das ist ein Scheiß Bringt Blut entziehen was bei dem Karl? Schätze nicht Koffe Soll ich den Trank schlürfen oder soll ich es lassen? Keine Ahnung Boah ey Boah ey was machen wir hier jetzt? Der hat so viele Sachen Gepanzerten Untoten Ein Enthaupte beschwören Macht euch unverwundbar Das ist halt geil Klinken Klinken Oh das ist ein abartiger Scheiß Das ist ein ja. Gut, ich muss aus der Schusslinie. So, hab ich jetzt noch irgendwas, was zu verwenden ist. Oh, Junge. Kommen die Dinge überall dort runter, wo ich halt stehe. Ja, so ist es immer. Wir müssen uns einfach beeilen, damit wir möglichst wenig abkriegen, der möglichst schnell down geht. Eis ist kälter, probieren wir es halt immer. Und er kühlt. Geil, wenn man jetzt noch infrieren könnte, wäre richtig Hammer. Alter, fick dich doch. Warum so weit entfernt? Das nervt doch. Oha, Maul. Toll, das hat sich wieder so richtig rendiert, ey. Ist auch kein Damage machen. Ja, ich stehe da nur drauf auf dem Drache. Was für eine. Oh, Junge, du bist fertig. Du hast schon genug gemacht. Ja, ich stehe nicht. Ja, genug gemacht. Halt. Kann ich ausraste. Dir vier, fünf Sachen pro Rund machen. Boah, unsichtbar. Ja, bleib fatt. Du hast mich in Ruhe, ey. Na, schon bald tot wäre. Was ist denn jetzt gestoppt? Ne, nein, ich spinne. So macht es Spaß. Boah. Boah. Boah, jetzt. Was? Boah, ist jetzt schon jetzt tot? Tja. Ohne den kannst du vergessen, Ware. Ey, wir haben nur noch Rolle. Ja. Alter, ne. Ohne den gegen funktioniert das überhaupt nicht. Keine Lust mehr. Oh, ist das ein Dreck. Oh, was machen wir jetzt? Wer soll ich denn aufheben? Nein. Jetzt habe ich auch nur Q gesehen. Achso, stimmt, wer in die Rolle? Die Rolle hast du gemahnt. Ich habe gemahnt, du Mensch, jetzt. Zauberrolle, die Zauber, die der Can normal machen wird. Ja, das ist scheiße, ey. Ja, U-Film wäre cool. Ja, leider fehlen wir nur zu der Aktionspunkte. Tja, dann schickst du an mich oder so. Weil ich bin das nächste Star. Ah, ne, ich hab hier eine, ich hab hier eine. Na gut. Boah, ich bin gleich tot, wenn ich noch länger da rumstehe und in der, in den Dinger beschossen bin. So, mach jetzt mal so. Möchtest du was gebrochen irgendwie nicht? Entschuldigung, ich kann mal die scheiß Rasereien machen können vorher, ey. Stopp wahrscheinlich eh bald. So. Wieder Kuh. Äh. Keine Wieder Kuh, sondern wieder eine Kuh. Leidend erkannt, du. Obwohl ich schon hier. Du, ne. Jetzt kann ich auch nur noch Larven. Nicht nur mehr Trankschlürfen. Stepp. Ja, toll. Das ist alles kacke, ey. Lass ihn auf das Mail jetzt mal rein. Oh, ne. Ey, ne. Wenn ich jetzt schon gleich. Jo. Macht schon Spaß. Ah, der ist jetzt Anime verzaubert. Ah, Drache ist dran. Geil. Ja. Was brauchst du denn wohl? Schade schon. Das kommt wieder der Scheiß, ey. Ne, schlag schnell. Ich kann immer noch drauf hauen. Mit dem Hund. Boah, Mann. Das bringt doch alles nichts. Ist doch so eine Glückssache, ey. Glückssache. So, scheiß nicht. So Glück kann man noch bei anderen. Ist eher ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Und wir spielen noch auf die niedrige Schwierigkeitsgrade. Warte. Ja, anscheinend kann man den aber einfrieren. Sogar. Sogar. Jetzt sind wir schon wieder hier. Das macht alles. Hm. Irgendwie hab ich jetzt keine Motivation mehr. Ah ja. Ah ja. Bring dir alles nichts. Das machen wir jetzt. Ah ja, kotzen. Und danach? Aufwäsche. Oh Mann. Okay, und mit diesem Spiel? Weiß nicht. Wir machen ja noch mal. Ich habe ja noch einmal da. Aufwäsche. Die Gäste. Eine Ausstellung. Das macht alles gut. Na dann. Wir machen wirklich die Gäste. Aufwäsche. Im Saal! Das macht alles gut. Echt? Und so, es geht noch so. Schnell. Sein, nicht mehr Sogar. Die Gäste. ja schon drei jahre her das knapp let's play echt krass steht mal da vor drei jahren ja doch macht sinn ja vor zwei habe ich nichts gemacht und vor allem habe ich wieder angefangen mittlerweile schon fast genau vor einem ja das ist was man jetzt tschüss sah oder ja tschüss auf für immer oder tschüss bis zum nächsten versuch wenn ich das gefühl hätte dass der nächste versuch irgendwas bringen können meistens ist ja so bei spiele hier losst man dann wo schon in der weile kommen schloss der ewig leih hier noch mal probier es wache und dann klappt es direkt ich habe das gefühl dass es bei diesem spiel so enden wird man könnte sagen tschüss für immer und gleich bringen wir irgendwann ein special raus wo wir es dann geschafft haben mal sehen jedoch sagen wir mal vorläufig tschüss vorläufig tschüss für immer nein für unbestimmte zeit wahrscheinlich probieren wir es eh wäre so wie ich uns kenne ja du meinst ja man möchte ja noch ein resümee zum spiel und zum let's play ziehen ja das kommt dann in der nächsten folge nachdem wir die nächsten fünf mal verloren haben gegen diesen scheiß dran naja jetzt lasst uns mal mit unserer mit unserer demut alleine bis dann tschüss